Dazu erzähle ich trotzdem auch noch ein bisschen was, denn auch das ist eine gute Tradition bei unserem Potrin, dass wir natürlich auch immer dem Team, das besonders kreativ an die Sache herangegangen ist. Also es war dieses Mal auch nicht leicht, weil auch im letzten Jahr gab es ja schon einen Kreativpreis, das ein Team bewundert, die auch in diesem Jahr sich wieder ordentlich Mühe gegeben haben. Aber da gab es dann ein Newcomer-Team und dieses Newcomer-Team, man sieht ja hier auch so ein bisschen, den hat auch gleich die eigene Fangemeinde mit mobilisiert und hat auch ordentlich was gemacht, wo es dann darum ging, auch so kleine Scheine und so nette kleine Karten zu verteilen. Ich glaube, verschiedenste Kolleginnen und Kollegen haben dann da auch so Fankarten bekommen und Unterschriftenkarten. Also wir haben einen Kreativpreis heute dann ausgewählt und haben uns das auch nicht leicht gemacht, das geht nämlich an das Team Mario und Luigi. Das ist unser Kreativpreis, das ist etwas, womit ihr mit Sicherheit was anfangen konntet, nämlich einen Gutschein von der Satur und der hat die Firma IGWCE gesponsort. Bis zum nächsten Jahr.